Happy zwei Jahre ADS-Diagnose. Ob alles immer noch so happy ist, ob sich die Diagnose für mich gelohnt hat und ich es wieder tun würde, darum geht es heute. Bevor es aber losgeht, das alles hier sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich spreche nicht für andere, auch sonst nicht übrigens, auch wenn ich vielleicht mal eine allgemeine Aussage treffe. Wenn du dein buntes Brain anders erlebst, heisst das weder, dass ich noch du falsch liegen. Wir sind einfach alle total unterschiedlich. Aber vielleicht helfen meine Erkenntnisse ja jemanden da draußen weiter. In letzter Zeit sind einige von euch von unterschiedlicher Seite auf mich zugekommen und wolltet wissen, ob es sich überhaupt lohnt, diese langwierige Diagnostik zu machen und eben auch zu warten heutzutage. Und ich kann einfach immer noch ganz klar sagen, ja, tut es. Denn man geht ja, weil man einen Leidensdruck verspürt, weil man Klarheit braucht, weil man sich immer irgendwie daneben und komisch gefühlt hat das ganze Leben lang. Und so eine Diagnose ist ja nicht etwas, was man sich irgendwie als Vergnügen kauft oder irgendwelche Ferien, die man bucht quasi, auch wenn das in der Öffentlichkeit oft irgendwie so dargestellt wird. Was hat sich denn generell so verändert im Vergleich zu vor einem Jahr? Ich musste beim Skripten etwas schmunzeln irgendwie. Denn vor einem Jahr dachte ich, ich hätte diese ganze Diagnose und alles, was damit kam, schon super integriert und verdaut. Und ich weiss jetzt halt einfach rückblickend, dass der Akzeptanzprozess bei mir viel länger dauert und gedauert hat. Und ich war damals noch völlig in diesem Veränderungsprozess drin und bin es auch heute noch ein bisschen natürlich. Und es war vieles sehr, sehr bewegt und unruhig und suchend in mir drin. Ich habe vieles verloren, also das Interesse an Dingen verloren damals, was zuvor zu mir gehörte. Und das war erst einmal sehr herausfordernd für mich, auch Neues zu finden und vielleicht auch Altes wieder zu entdecken. Ich habe auch für lange Zeit unbewusst immer wieder versucht, mein ADHS loszuwerden und neurotypisch zu werden, also halt wirklich mich gepusht, dass das doch jetzt gehen muss, aber natürlich ohne Erfolg. Und das ist auch total okay so, denn ich bin ja nicht neurotypisch. Und ich habe gelernt, meinen internalisierten Ableismus immer mehr zu erwischen und kann mir dann mit etwas mehr Sanftheit begegnen und auch eben sanft gegensteuern. Erst jetzt habe ich langsam verinnerlicht, dass ich nicht irgendwelchen Standards nachjagen muss, um gut genug zu sein. Ich arbeite jetzt weitgehend daran, mir mein Leben leichter zu machen. Und ob diese Wege nun irgendeine Standards sind oder aus Sicht der Gesellschaft genügend oder normal, das kratzt mich immer weniger. Was auch anders ist, vor einem Jahr fühlte ich mich noch viel mehr den Umständen ausgeliefert. Ich war der Meinung, dass ich die ganze Welt jetzt zuerst verändern muss, damit es mir gut geht, also dass ich quasi auch keinen Bock mehr habe, irgendwie an mir was zu ändern. Und ich war der Meinung, dass jetzt wirklich alles rundherum zuerst sich verändern muss, also auch so ein bisschen trotzig. Und das ist ja auch völlig okay und das gehört zum Prozess dazu. Ich fand auch, nein, wieso sollte ich jetzt an mir arbeiten und all diese Methoden, die wollen mich alle nur neurotypisch machen. Und heute ist es eher so, dass ich anerkenne, dass die Welt da draußen ganz klar viele Hürden hat für uns bunte Brains und sich das definitiv ändern muss, also eine Veränderung im System passieren muss und dass uns gegenüber auch die Welt geöffnet wird. Und ich weiß, dass ich selbst aber auch sehr viel verändern kann, um mir mein Leben in dieser Welt, in der wir gerade leben, besser zu machen. Und das hat nichts mit Verstellen oder so zu tun oder mich unter Druck zu setzen. Es braucht einfach irgendwie beides, um gut leben zu können, meiner Meinung nach. Systemveränderung und neue Skills, die mir mein Leben erleichtern und nicht jetzt irgendwie das Leben anderer erleichtern sollen, finde ich immer noch eine wichtige Unterscheidung. Ich habe auch aufgehört damit, ständig meine Schwächen ausmerzen zu wollen und so voll auf meine Schwächen zu fokussieren, sondern ich konzentriere mich viel mehr jetzt auf die Entwicklung meiner Stärken und auch auf das Ausleben meiner Stärken. Und so habe ich auch automatisch mehr mentale Energie dafür, was mir wirklich entspricht und im Leben wirklich wichtig ist. Ich habe auch erkannt, dass ich mein Leben möglichst so einrichten darf, dass ich auch möglichst selten unnötigerweise meine exekutiven Funktionen überstrapaziere. Und wofür gehen die bei mir drauf? Für eigentlich völlig unnötige Entscheidungen, weil Überforderung und für Dinge, die ich entweder vereinfachen, outsourcen oder einfach streichen darf. Auch etwas, was nicht ganz so einfach ist. Und jetzt noch zum Elephant in the Room. Ich habe im Laufe der Zeit, eben im Laufe des letzten Jahres spätestens, wenn nicht schon vorher irgendwie geahnt, dass ich vermutlich Audias bin, also Audias habe und auch Autistin bin. Vor allem seit ich mit dem richtigen Medikament eingestellt bin, kommen da halt solche Seiten hervor. Und da bin ich immer noch auf der Entdeckungsreise und versuche auch durch die Diagnostik zu kommen, respektive eine zu finden. Aber ich habe mich selbst mal damit identifiziert, bis ich mehr weiß. Insgesamt kann ich sagen, hat sich für mich alles sehr zum Positiven gewendet. Ich bin jetzt viel mehr bei mir selbst. Ich bleibe mehr auf dem Weg, in meinem Tempo. Natürlich mit den Blockaden, die sich da so stellen. Meine Ängste sind jetzt gerade auf dem niedrigsten Pegel ever. Kann sich das wieder ändern oder kann es wieder schwierige Zeiten geben? Klar, stecke ich auch gerade ein bisschen drin. Aber ich glaube, der Boden, den ich mir geschaffen habe, der wird nicht einfach so wieder verschwinden. Und weil es viele von euch super fest immer interessiert, wie steht es denn bei mir um die Medikation? Disclaimer. Ich bin keine Ärztin, keine Psychologin, keine Psychiaterin. Sind ja auch ÄrztInnen. Aber gut. Ich gebe keine Empfehlungen ab. Ich erzähle einfach von meiner Erfahrung. Die Medis wirken super unterschiedlich und bitte, 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 geh zu einer Fachperson, wenn du Fragen hast dazu. Okay? Also, bei mir hat es ja am Anfang ein bisschen gedauert, bis ich das Richtige gefunden habe. Hatte ja auch ein paar unschöne Nebeneffekte. Mit Elvanse fahre ich persönlich immer noch sehr gut. Ich habe aber bemerkt, dass ich mich an den neuen Grundzustand, glaube ich, so gewöhnt habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Medis nicht mehr richtig wirken. Und ich weiß, dass es anderen auch so geht. Aber ich glaube, bei mir ist mehr das Problem, dass ich halt wirklich auch Hormonschwankungen habe und dann die Medis auch so ein bisschen schlechter wirken. Oder ich habe dann vielleicht schlecht geschlafen oder es geht mir sonst nicht gut. Und dann bin ich halt einfach auch fünfmal verpeilter. Und das hat gar nicht unbedingt was mit der ADAS zu tun. Und eben, wie gesagt, ich weiss, glaube ich, gar nicht mehr, wie es vorher war. Also, ich mache schon mal eine Pause zwischendurch, aber ich müsste wie fast mal auslassen, um zu merken, ah, nein, ich glaube, es gibt einen Grund, wieso ich diese Medis nehme. Und ich weiss auch nicht, ob ich es für immer nehmen werde, das Ganze. Aber im Moment ist es für mich genau richtig, um mich zu unterstützen in meinem Leben. Muss ich auch sonst natürlich mir Mühe geben und mir Skills aneignen, um besser umgehen zu können mit gewissen Sachen? Bei mir natürlich. Es ist immer noch ein Vehikel, ein Tool, das das Ganze einfach vereinfacht. Und bei mir hat das eben auch eine leicht antidepressive Wirkung, was super, super gut ist für mich. Also ich kann zusammenfassend sagen, im Bereich auch Medikation hat sich alles recht beruhigt und es herrscht jetzt einfach eine gewisse Normalität. Und man probiert ja so viele Systeme und Tools aus und das ist auch super so. Und genau so ist es auch bei mir. Aber das Hilfreichste für mich persönlich ist nebst der Medikation und Therapie die Besinnung darauf, was mir wirklich wichtig ist. Und alles, was ich tue, mehr auf das auszurichten und diesen Lärm und shiny Objects rundherum besser auszuschalten und auch diese Überforderung, die da herrscht und die Entscheidungsparalyse, die da immer kommt, besser auszuschalten. Klingt einfacher, als es in Realität ist. Es geht aber nicht um Perfektion. Nicht wahr. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment in meinem Business vor allem wieder in einer gewissen Entscheidungsparalyse stecke und ein bisschen hin und her gerissen bin. Und ich glaube, realistischerweise werden wir immer wieder solche Phasen haben. Was zählt, ist aber, wie wir damit umgehen. Und dass wir vielleicht nicht impulsiv einfach immer gleich alles hinschmeißen, sondern ein bisschen abwarten und schauen, ob man über diese Krisen oder Paralysen halt hinwegkommt, weil ich weiss, dass man das tut. Aber so mit dieser Ausrichtung auf meine wichtigsten Werte suche ich mir auch relativ automatisch ein Umfeld aus, in dem ich mit meinem ADS-Kopf nicht immer gegen Wände laufe und mir den Kopf aufschlage. Metaphorisch gesprochen. Keine Sorge. Aber es sind eben auch die eigentlich sehr banalen Dinge gefühlt, die mir enorm helfen. Schlaf priorisieren, Erholung priorisieren und zwar so, dass die Art der Erholung zu mir passt. Also das kann auch sein, mit den Händen was zu tun oder sonst aktiv zu sein, weil das kann ja auch sehr erholend sein. Und wie gesagt, mir alltägliche Prozesse zu vereinfachen, Dinge zum Beispiel sichtbar zu machen für mich, einfach erreichbar, Einstiegshürden abbauen, sei es von der Platzierung meines Staubsaugers bis zur Nutzung eines Rucksacks, wo einfach alles drin ist und so weiter. Ich mache bald mal ein Video zu dieser Geschichte. Und was mir eben auch immer hilft, und das hat ein bisschen was zu tun mit diesen Werten, die ich vorhin angesprochen habe, also diese Ausrichtung, ist immer wieder von Neuem auszusortieren. Mich zu fragen, kann ich ohne etwas bestimmtes Leben, seien jetzt Gegenstände oder einfach übergeordnete Geschichten? Und oft ist die Antwort klar, ja, wenn ich ehrlich bin mit mir selbst. Und dann eine ganz große Geschichte für mich persönlich ist es auch, ein verspielteres Mindset mit mir anzugewöhnen. Es muss nicht immer gleich alles perfekt sein und es muss auch nicht immer alles so total ernst sein. Ich darf experimentieren und die Richtung auch mal ändern oder etwas einfach fallen lassen. Ja, das darf man ja trotzdem. Und was Neues beginnen, wenn man auch merkt, dass etwas nicht der richtige Weg ist. Und da hatte ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Trauma ist oder Autismus oder was auch immer, ich hatte immer sehr fest ein Schwarz-Weiss-Denken. Also quasi, wenn ich mal etwas angefangen habe, dann muss ich es durchziehen und ich muss darin auch gut sein oder wenn ich etwas lerne, dann muss ich das sofort perfekt beherrschen. Das zieht sich seit meiner Kindheit durch und war sehr oft halt ein Grund für Erschöpfungskrisen bei mir. Darum verspielt sein, experimentieren und auch Freude haben am Prozess ist für mich ganz wichtig und habe ich auch schon viel mehr mir aneignen können jetzt. Und ich habe, ein bisschen unrelated zum Ganzen, aber einfach, weil es gerade so neu ist, ich habe auch erst gerade entdeckt, wie sehr mir Fidgettoys helfen, mich zu regulieren und auch besser zuzuhören bei Sachen und das habe ich jetzt fix eingeführt. Wieder so eine neue Ausgabequelle für mich, die ich manchmal nicht einbudgetiere. Außerdem habe ich die letzten Monate auch meine sensorischen Geschichten ein bisschen mehr akzeptiert und habe den Zwang abgelegt, dass ich mir keine Unterstützung holen darf oder ich mich an Dinge gewöhnen muss. Ich habe jetzt wirklich Ohrstöpsel mir besorgt, ich habe auch eine Schlafbrille jetzt und Gewichtsdecke und einfach sonst ganz viele Anpassungen gemacht, um mir zu entsprechen und mir auch diesen bösen Gedanken abgewöhnen, dass das mich kompliziert macht, weil ich schade ja niemandem damit, wenn ich gut schlafe, weil ich eine Schlafbrille trage. Ich glaube, da liegt eben auch wirklich wieder dieser interne Ableismus dahinter, den wir uns abgewöhnen dürfen, weil wir dürfen uns das Leben leichter machen. Es war schon schwer genug bisher. Ja, soviel zu meinem alljährlichen Diagnose-Video. Möchtest du gerne was zusätzlich wissen? Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Oder magst du sonst was teilen zu deinem Weg? Dann schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen. Like auch gerne dieses Video, wenn es dir gefällt und schenk mir ein Abo. Und wenn du mehr oder weniger regelmässig Infos von mir bekommen möchtest zusätzlich, dann melde dich doch für meinen Newsletter an. Du findest alles unten in der Beschreibung. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist. Danke fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!